Und am Mittwoch durften wir dann auch die Papayas das erste Mal sehen, denn McLaren hat ja schon vor ein paar Wochen ihr Design für dieses Jahr vorgestellt und nun auch ihr komplett neues Car. Nur leider gab es sehr, sehr wenig Stuff, deswegen musste ich ein bisschen kreativ werden. Abonnier gerne kostenlos den Channel, wir gehen auf alle Neuheiten ein und da sei so viel gesagt, bei McLaren gibt es da einiges. Dann fangen wir eigentlich wie bei jedem Video an mit dem Launch Video, denn hier hat man sich nicht lumpen lassen und hat einen High End Trailer produziert. Was soll ich euch sagen, es ist die komplette Base von McLaren, da wird er mal rausgeschoben und auch die Launch Zeit war sehr interessant, es war 9 Uhr 38 morgens und warum so eine krumme Zahl? Ich weiß es nicht genau, klärt mich mal auf, falls ihr wisst, was das mit der Uhrzeit zu tun hat und wow, sehr, sehr cool, echt geil. Also wir werden auf jeden Fall auch auf das neue Design eingehen, das hatten wir nämlich noch nicht, aber auch auf viele Neuheiten, McLaren. So und hier war er dann nun, der neue McLaren. Monster Energy suche ich by the way vergeblich, aber was soll ich sagen, die Seitenkästen sind sowas wie von anders und man hat hier noch einmal so eine Wellung über den Seitenkästen, also sehr, 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 sehr spannend. Auch der Heckspoiler, der ist verhältnismäßig echt klein zu den anderen, also auch viel, viel schmaler. Ich hoffe, der hält auch diesen Belastungen aus und ja, die Front, also die Nase ist kein großer Unterschied zum Vorjahr, während die Seitenansicht hier noch einmal deutlich zeigt, dass man bei McLaren einen komplett anderen Weg in Richtung Seitenkästen geht. Also die haben ja bei der Motorkühlung, also unter diesem Chrome-Logo hat man ja so eine bauchige Sache raus. Dafür sind die Seitenkästen an sich extrem geschrumpft und gehen aber auch wie ähnlich wie bei Ferrari letztes Jahr, gehen die nach ganz unten und ich weiß ja auch, dass sich McLaren im letzten Jahr dafür behaupten konnte, denn ja, es ist aufgegangen, die Wanne, die komplette zweite Saisonhälfte einfach nur, ja, on point da. Die Frontsicht und da sind natürlich auch die Motorluftanlässe, ja, groß, sehr groß, ehrlich gesagt und die Vorderradaufhängung schaut mir extrem steif aus, also das kann interessant werden, wobei die Nase auch interessant ist. Man hat hier eins, zwei, drei und unten noch eine extra vierte Reihe an Luftdurchlässen an dem Frontflügel drauf und mit McLaren und Chrome hat man natürlich auch große Sponsoren, aber das ist bei McLaren immer ein Thema, denn man hat wirklich viele, viele und echt hochrangige Sponsors, die sich da, ja, abbilden. So, das ist ein wichtiger Blick, denn hier haben wir den Unterboden, der hier ein bisschen auch vorerragt. Die Bilder haben nicht die beste Qualität, weswegen man hier eigentlich auch nur mutmaßen kann, ob das schön ist. Auch Kost war ein großes Thema, dieser Sponsor, der hatte sich, glaube ich, von einem anderen Team verabschiedet und was soll ich euch sagen, diese Motoreinlässe hier auf der Seite, also diese Lufteinlässe für den Motor, gefallen mir persönlich gar nicht, denn das schaut richtig komisch aus, aber sonst muss ich sagen, sehr, sehr gelungen. Auch am anderen Bild kannst du hier kaum was vom Unterboden erkennen, bei diesem D-Walt ist alles so schwarz. Das macht man natürlich mit Absicht, dass man eben nur mutmaßen kann, wie das Ganze aussieht. Und da ist die Nase von der Seitenansicht, diese Bargeboards sieht man hier ganz, ganz gut und wie flach diese Nasenspitze ist. Das ist wirklich ein Wahnsinn, die komplette Nase generell ist sehr flach und auch platt und sehr, sehr flach geht die runter. Das könnte auf jeden Fall ein Dienst dafür sein, wie, was man hier geändert hat, auf jeden Fall. Die Ober-Hinter-Ansicht, da ist ja der Motor drinnen und hier, anders wie bei Ferrari, hat man noch diese Badewannen-ähnlichen Löcher neben dem Motor drinnen. Ja, kein Plan, was das jetzt bringen soll. Sonst muss ich sagen, gefällt mir auch hier, haben wir die Nase noch einmal von der Vorder-Ansicht und guckt euch mal an, wie weit die nach hinten geht, aber vor allem auch, wie vielschichtig die ist. Also das schaut schon alles sehr, sehr gut aus. Das sind die Lufteinlässe nochmal, Riesendinger sind das, also wirklich kein Plan, wie er sich das ausgedacht hat, aber das sind wirklich Riesendinger und der Spiegel geht so weit nach außen, dass der sogar eine extra Gehalterung bekommen hat. Das ist auch interesting. Das ist mein eigener zusammengeschnittener Vergleich mit dem Auto von vor, ja, denn es gab sowas leider nicht, weil ja McLaren schon Ende Januar ihr Design gezeigt hat und dann, ja, hat man hier dann halt die ganzen Vergleiche gemacht. Egal, wir gehen aber jetzt mal hier zurück. An den Seitenkästen hat sich nicht viel geändert. Wie gesagt, unter dem Chrome-Logo diese Fetisch-Wurst, was da nach hinten geht, die ist viel, ja, dicker und größer geworden. Mann, das hört sich so falsch an. Die ist viel dicker geworden, die geht nach hinten. Und man hat auch letzte Season schon diese sehr markanten Seitenkästen. Das ist, da hat sich auch nicht viel geändert. Also ich glaube auch nicht, dass McLaren da viel, viel, viel getan hat. Die Nase auch sehr ähnlich. Das werden wir aber dann an der Vorderansicht noch einmal sehen. Und beim Heck-Spoiler, ja, hat sich ein bisschen was getan, denn diese DRS-Halterung, also dieser Zapfen, der da in die Höhe geht, der wurde auch überarbeitet. Der zweite Bild, das zweite Bild, und da finde ich, ist eine der größten Erinnerungen, denn die haben die komplette Front-Nasen-Partie überarbeitet. Sprich, diese, ja, diese Front-Flügel-Halterung, also das Längliche, was da noch vorgeht, ist ein bisschen breiter, flacher, aber auch, ja, platter geworden. Aber generell, wenn ich da mir vorne diesen kompletten Front-Flügel angucke, der ist viel, viel simpler geworden im Vergleich zu vorher. Aber auch viel löchriger, also das kann auf jeden Fall eine große Sache werden, wenn man da mal guckt. Und das ist dann der Vergleich mit dem, ja, mit dieser Seitenansicht. Und da siehst du, diese Luftanlässe, die hat man überarbeitet. Leider gibt es dieses Bild von 23 nicht 24, denn ich würde so gerne einen Vergleich mit den Unterbodenwagen. Diese Zacken kann man hier erahnen beim 24er. Ob das allerdings auch in der Praxis da ist, werden wir vermutlich erst bei den Wintertests sehen. Schade, 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 schade. Macht man natürlich mit Absicht diese Bilder. Aber auch der Heckspoiler viel schmaler geworden. Das war ja letztes Jahr fast ein Tisch hinten. Der ist viel, viel schmaler geworden. Und vom Design her, ja, da will ich jetzt doch nicht stark drauf eingehen. Die Rennanzüge mit Oscar Piastri, da finde ich aber die Ansicht ein bisschen besser. Man hat auch hier Two-Face gemacht, ähnlich wie Mercedes. Oben orange, unten schwarz und ein bisschen orange. Mit den Zahlen gefällt mir gut. Monster auf dem Hals, wie lange Jahre bei Mercedes. Und auch, ja, Landon Norris hat sich in den Bart wachsen lassen. No Humor Basis, muss ich sagen, der steht ihm ziemlich gut. Und, ja, die Rennanzüge hier lassen sich gut erkennen. Hat man aber auch nicht jetzt gelauncht, sondern schon vor ein paar Tagen. Was soll ich euch sagen? Ich gebe dem ganzen Design, auch wenn ich natürlich das Design eh schon gekannt habe, dem Design gebe ich eine glatte 8 von 10. Ist echt ein schönes Auto geworden. Und vor allem bin ich mega hyped. Ich hoffe, dass die McLaren-Jungs den Red Bulls ordentlich einherzen können. Am Ende des letzten Jahres war es ja dann nicht mehr so knapp. Aber gerade so um Silverstone herum, das war schon ziemlich eng. Und ich wünsche mir so, dass wir diese Season wieder so etwas bekommen. Denn eine erneute Season, wo nur Red Bull dominiert, halte ich als Formel-Lands-Fan einfach nicht mehr aus. Bitte, seid ehrlich. Selbst wenn ihr Red Bull-Fan seid, das will keiner sich antun, oder? Lasst es mir in den Kommentaren unbedingt wissen. Abonniert gerne kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne für mehr Infos noch auf TikTok vorbei. Mein Channel ist unten verlinkt. It's unterstrich Tobi. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und abonniert auch gerne hier kostenlos den Channel. Falls euch mein Video gefallen hat, auch gerne ein Däumchen um. Bis zum nächsten Mal oder morgen. Da kommt nämlich schon Red Bull, also die Launch ja schon heute. Aber wir werden morgen auf jeden Fall drauf eingehen. Bis morgen oder später auf TikTok. Und ciao.